Abfahrt Oldenburg-Hauptbahnhof, 11.58 Uhr, Ankunft Oldenburg-Wechloy, 12.02 Uhr. Die nackten Uhrzeiten der Eröffnungsfahrt beweisen, wie nah der neue Bahnhaltepunkt Wechloy den Stadtwesten an die Innenstadt gerückt hat. Und davon können sich jetzt fast alle Oldenburger selbst überzeugen. Über zehn Jahre nach den ersten Vorstößen aus Oldenburg wurde der Stadtteilbahnhof am Sonntag offiziell in Betrieb genommen. Ab sofort bedient die Regio S-Bahn RS3 der Nordwestbahn den Haltepunkt stündlich, immer um zwei Minuten nach der vollen Stunde in Richtung Bad Zwischenahn, um sieben Minuten vor der vollen Stunde in Richtung Bremen. Abfahrt Oldenburg-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-Wechloon-W Der Haltepunkt ist über eine Stichstraße von der Ammerländer Heerstraße aus zu erreichen und verfügt über Parkplätze und eine Fahrradabstellanlage.